hallo und herzlich willkommen zum neuen video es geht auch heute um das adventskalender natürlich am 9 dezember und freitag im übrigen wir öffnen hier den ersten penny adventskalender und es kommt ein schlin zum vorschein da an der stelle so wir haben ja hier den zweiten penny adventskalender was kommt da ihr seht schon es ist eine logomotive so was kommt jetzt hier bei dem adventskalender sowohl im penny als auch im aldi zu haben weil ich ihn aber aus dem penny hat was wisst ihr schon die figur man muss schon wirklich die figur angucken dass man es erkennt ein engel bei dem kaufland adventskalender müssen wir runter gehen runter gehen runter gehen und jetzt haben wir was richtig gesehen das ist eine kerze die wohl darauf hinweisen soll dass übermorgen der dritte advent ist bei dem häusler adventskalender müssen ein bisschen so machen hier können sehen den schneemann sagt weg war natürlich nur spaß hier ist auch direkt zu sehen so bei dem adventskalender den ich aus dem aldi habe müsste jetzt auch ein engel kommen und das ist dann auch der fall dann sage ich mal bitte das video lasst ein abo da wir sehen uns dann morgen